Hallo alle zusammen, ich habe euch wieder ein Dance-Workout mitgebracht. Diesmal mit dem Titel Sexy Latin Smooth Dance. Lass uns mit einem kleinen Warm-up beginnen. Die Beine weiter auseinander, wir beginnen bei den Füßen im Wechsel eine Ferse heben. Verlage dein Gewicht von rechts nach links. Etwas schneller. Okay, dann gehen wir weiter nach oben in Richtung Becken. Rechts und links. Ganz weich in den Knien, sodass die Gelenke ganz geschmeidig werden. Gut. Dann nur das Becken ganz isoliert. Etwas langsamer. Und seit, Mitte, seit. Nach vorne, vor, Mitte, Rück, Mitte. Wieder zur Seite. Im Wechsel. Nach vorne, vor, vor. Gut. Jetzt versuchen wir einen Kreis zu zeichnen. Und wechseln. Kreisen. Wechseln. Kreisen. Und dann zum Oberkörper nach oben. Und dann etwas isolierter arbeiten. Und etwas langsamer. Okay? Seit. 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 Ein Kreis. Wechseln. Gut. Kreisen. Kreisen. Noch einmal. Und ein letztes Mal. Weiter nach oben zu den Schultern. Langsam. Langsam. Etwas schneller. Sehr gut. Okay. Dann bringen die Füße zusammen. Und nochmal hier im Wechsel die Fersen heben und senken. Gut. Und dann machen wir einen kleinen Salsa-Schritt. Den haben wir nachher auch im Hauptteil. Langsam. Bein geht raus. Bein geht raus. Raus. Und rein. Raus. Rein. Und wenn du möchtest, nimm ein bisschen mehr Becken mit. Ein bisschen mehr Hüfte mit. Und mal nach vorne. Vor. Zurück. Gut. Ein bisschen mehr Hüfte. Und steh. Gut. Okay, dann kommen wir zum Hauptteil. Wir gehen in die Richtung mit einem Grapebein. Das heißt, wir gehen Bein raus, überkreuzen und drehen. Okay, nochmal zur Seite, kreuzen und drehen. Okay, etwas schneller. Gut, und jetzt versuch das Ganze ein bisschen locker zu machen, nicht ganz so steif. Bleib in dieser weichen Bewegung und wir gehen wieder zur Seite. Oh, du fällst in die Bewegung rein. Gut, lass dich fallen. Dann Salsa, Salsa. Okay, noch einmal. Wieder zur Seite. Und raus, raus. Klar, noch einmal. Zur Seite. Salsa, Salsa. Dann stellst du ein Bein auf und tippelst. Hoch, tief. Tief, hoch, tief. Hoch, tief. Tippen. Wir bleiben auf dem Fußball und somit arbeiten die Beine ein bisschen mehr. Fersen bleiben oben. Und du kannst oben bleiben oder du gehst tief und hoch. Tief und hoch. Tief und hoch. Tief. Dann kommt wieder ein Salsa und ein Salsa. Okay. Noch einmal. Hier in die Richtung tippen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Klar. Noch einmal. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Okay, wir verbinden ab dem Grapebein zur Seite. Es geht zur Seite. Langsam. Raus, rein, raus, rein. Tippen. Raus und raus. Okay. Tempo. Und raus, raus. Tippen. Raus, raus. Sehr gut. Noch einmal. Zur Seite. Weich bleiben. Raus, raus. Tippen. Weich, weich. Letztes Mal zur Seite. Fünf, sechs, sieben. Und eins. Raus, raus. Tippen. Raus, raus. Gut. Neuer Schritt. Regatton. Auf, auf. Okay. Noch einmal. Auf. Auf. Raus und rein. kreisen. kreisen. Weich bleiben. Und dann lässt du dich wieder zur Seite fallen und machst einen Nachstellschritt. Okay. noch einmal. Wir haben raus, raus, raus. Das Bein kommt rein. Raus ziehen, ganz weich bleiben und lass dich fallen mit einem Nachstellschritt. gut. Okay. Okay. Etwas Tempo. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Klar. Noch einmal. Noch einmal. Eins, zwei, fünf, sechs, sieben, acht. Okay. Noch einmal. Hepp, hepp. Gut. Letztes Mal. Fünf, sechs, sieben. Und eins, zwei, fünf, sechs, sieben, acht. Okay. Versuchen wir alles zu verbinden. Erstmal ganz langsam. Up, grapevine. Es geht zur Seite. Langsam. Und eins. Und drehen. Raus. Raus. Tippen. Okay. Dann wieder raus. Und raus. Hap, hap. Raus. Rein, kreisen. Und Nachstellschritt. Bereit für ein bisschen Tempo? Okay. Dann kann es gleich losgehen. Fünf, sechs, sieben. Und eins. Raus. Tippen. Regatton. Gut. Noch einmal. Grapevine. Raus. Raus. Regatton. Gut. Gleich noch einmal. Zur Seite. Und. Bleib weich. Salsa. Tippen. Regatton. Gut. Jetzt kommt ein neuer Teil. Also, wir sind hier stehen geblieben. Und jetzt schiebst du deine Hüfte zur Seite. Ganz schnell. Und die Arme gehen diagonal nach oben. Klar? Okay. Etwas schneller. Nur das. Er schiebt deine Hüfte raus. Hepp, hepp. Gut. Noch einmal. Noch einmal. Auf zwei. Eins, zwei. Klar? Eins, zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Okay. Okay. Ab hier. Eins, zwei. Kreisen. Und zurück. Also. Eins, zwei. Du drehst dich nach hinten weg. Machst hier einen Salsa. Und kommst wieder zurück. Okay. Noch einmal. Ab zur Seite. Und. Eins, zwei, drei, vier. Klar? Noch einmal. Eins, zwei, drei, vier. Jetzt kommt der Oberkörper. Weich. Fünf, sechs, sieben. Schließen. Okay. Nur mal das hier. Kreisen. Wie ein Bum ab. Kreisen. Schnell. Noch einmal. Und. Kreisen. Und schnell. Okay. Kreisen. Und schnell. Ab hier. Geht gleich los. Und. Eins, zwei. Fünf, sechs, sieben, acht. Sehr gut. Noch einmal. Zur Seite. Und. Hepp, hepp. Gut. Noch einmal. Fünf, sechs, sieben. Und. Hepp, hepp. Gut. Letztes Mal. Zur Seite. Und. Hepp, hepp. Tief und schließen. Gut. Bereit, alles von vorne zu beginnen? Okay. Lass uns loslegen. Mit dem Grapebein. Langsam. Raus, rein. Raus, rein. Tippen. Raus. Und. Raus. Dann. Regaton. Raus. Langsam. Fallen. Zur Seite. Zur Mitte. Kreisen. Und schließen. Okay. Alles klar. Bereit für ein bisschen Tempo. Geht gleich los. Fünf, sechs, sieben. Und. Raus. Tippen. Regaton. Nachstellschritt. Noch einmal. Und. Tippen. Legaton. Und. Noch einmal. Und tippen. Gut. Okay. Bleiben wir hier. Das Ganze jetzt zur anderen Seite. Auch hier wieder der Grapebein. Lass uns das ganz langsam durchgehen. Schritt für Schritt. Grapebein zur Seite. Geht gleich los. Langsames Tempo. Drehen. Okay. Raus. Und raus. Tippen. Raus. Raus. Regaton. Hier beginnen. Dann raus. Rein. Kreisen. Fallen zur Seite. Und. Hüfte. Hüfte. Schmeiß die Hüfte weg. Und dann. Kreisen. Oberkörper. Und. Schließen. Noch einmal. Langsam. Grapebein zur Seite. Und. Lass dich fallen. Raus. Raus. Tippen. Raus. Raus. Regaton. Raus. Rein. Kreisen. Und fallen lassen. Und dann schmeiß die Hüfte weg. Kreisen. Und. Zu. Okay. Bereit für ein bisschen Tempo? Alles. Auf die Seite. Und. Eins. Salsa. Tippen. Regaton. Schmeiß die Hüfte weg. Okay. Klar. Gut. Noch einmal. Es geht los. Und. Tippen. Tippen. Und. Schmeiß die Hüfte weg. Noch einmal. Noch einmal. Tippen. Schmeiß die Hüfte weg. Hopp. Wollen wir es einmal rechts und links probieren? Wie sieht es aus? Bereit dafür? Okay. Kommen wir in den Rhythmus. Geht gleich los. Achtung. Fünf, sechs, sieben. Und. Tippen. Regaton. Links. Tippen. Regaton. und. Hepp, hepp. Noch einmal. Und. Tippen. Regaton. Und. Hepp, hepp. Seite wechseln. Tippen. Regaton. Und. Hepp, hepp. Okay, gut. Bleiben wir hier. Ganz lockere Bewegungen. Zum Ausklang. und wir gehen zur Seite. Und die Arme. Geh tiefer, tiefer, tiefer. und wieder nach oben. Und wieder tief. Tief, 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 tief. Langsam. Und hoch. Und langsam. Und hoch. Und tief. Und hoch. Und tief. Und tief. Und hoch. Okay, bleib hier. Nur dein Becken. Und links. Und jetzt den Oberkörper ganz langsam kreisen. Und wechseln. Und wieder. Die Füße zusammenbringen. Ganz weiche Bewegungen. In den Beinen. Nimm die Arme nach oben. Atme dabei. Tief ein. Und aus. Sehr gut. Ein. Und aus. Schulter. Schulter. Geh hoch. Tief. Hoch. Tief. Hoch. Tief. Hoch. Tief. Und nochmal die Beine öffnen. Und dann locker ausschwingen. Und dann locker ausschwingen. Und dann locker ausschwingen. Und dann locker ausschwingen. Und tief einatmen. Ziehen. Und geh tief. Geh tief. Und aufrollen. Und die Arme nach unten. Kopf zur Seite. Und Seite wechseln. Einatmen. Und ausatmen. Und das war auch schon mein Dance Workout. Ich hoffe, du hattest Spaß. Bis zum nächsten Mal. Mehr Videos gibt es bei uns in unserem Dance Channel. Das Gute ist, alles ist kostenlos. Einfach abonnieren. Und dann hast du immer das aktuellste Video. Das. Was im In dum-